die straße in verbindung bauen so wollte ich das sagen wo ist es denn jetzt hier fleischerei kommen hol mal schnell ein werkzeug ab und dann bauen wir direkt hierhin rein ja dann lass dir Zeit wie gesagt ich möchte dich da jetzt nicht schätzen du musst Hunger nicht ich wie unsere Bevölkerungszahl Alter ach Gott sei Dank wie unsere Bevölkerungszahl ständig hier hier und her schwanken das ist ja schon ist euch ja wahrscheinlich aufgefallen so und jetzt hier ist Lager voll hier ist Lager voll nicht du sollst dir das abholen du sollst jetzt haben wir Kühe ja toll was bringt uns das Kühe tatsächlich vier Schlachtvieh heißt nicht mal Kühe sondern Schlachtvieh einfach aber hier die vier Tonnen Nahrung holt er jetzt mal und das ist doch das worum es geht eigentlich sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut 40 Tonnen komm weißt du das ignorieren wir jetzt mal 95 Prozent sind ausgebildet wo sind sie jetzt Einheit aussenden Einheit aussenden wie jetzt ein Mann Einheit auflösen Soldat auf Patrouille schicken Alter der wird ja echt angegriffen nein nein weg da alter was ist das für einer jetzt hör auf damit der läuft mir auch da hinterher ich hebe eine Einheit aus und der tötet sie oder was das ist ja jetzt aber gedacht lauf mal schnell nach hinten alter was sind das für einer das gibt es doch nicht ja gut erste Kampf sehen und wir haben verloren direkt äh es ist gerade ein bisschen blöd gelaufen ich möchte mich nämlich noch nicht ganz mit denen anlegen eigentlich und dann direkt die Burg da in der Nähe zu haben ist auch blöd guck doch mal was wir eine riesige Stadt hier haben und die greifen uns einfach an Unverschämtheit sowas also das geht gar nicht das geht gar nicht das wüsste auch selber achtens alter wie viel Geld haben wir denn wir sind ja reich jetzt müssten die nur noch mal langsam hier ein bisschen mehr aufsteigen und dazu machen wir jetzt mal das hier und die Mauer werden wir mal ein bisschen weitermachen die Mauer bin ja nicht gegen Mauern aber sowas die muss einfach sein schon schon weil er allein hier so gut gar nicht hinpasst ja gut hier kann ich es nicht bauen sollten wir soll ich da jetzt extra so ein Ding hinbauen ähm ich weiß gar nicht soll ich denn hier mal ich glaube ich baue hier einfach mal eine Mauer vor soll ich könnt ihr hinter eurem Mauer leben ja aber so geht es nicht liebe Freunde da haben wir denn auch so ein Tor ja natürlich genau richtig mal wieder ich wollte schon mit den Handeln ja was machen die greifen uns an ach das ist ja cool hier das hier mit dem Fluss ne das ist ja witzig gemacht muss man ja mal sagen so jetzt müssen wir das Ganze mal drehen ein bisschen näher ran damit ich hier die Feinarbeit machen kann hier an der Ecke so dann kommt nämlich die Straße ich bin so geblieft dann kommt ihr einfach mal da hin zack und die Mauer wird dann einfach hier verendet mit so einem riesigen Turm warum auch immer so jetzt so viel dazu ne meine lieben Ureinwohner haha und ihr macht euch mal hier weg 90% sehr schön sehr schön Tabakwaren gehen zur Neige jetzt sind es die Tabakwaren so dann so viel zu was ich hab jetzt nicht was ist los mein Soldat wurde ach so ja gut dann bauen wir hier hinten nochmal zwei von denen was kostet das ich möchte gar nicht hin Tabak Tabak da war der Speicher kurz vor allem von meiner Festplatte was ich gesehen habe hier Aristokraten wir haben die Aristokraten erreicht gibt also schon Aristokraten und ja die haben dann ganz ganz tolle graue Häuser da seht ihr schon mit der Nahrung läuft jetzt gut jetzt habe ich direkt vergessen was ich machen wollte ich glaube ich war irgendwo wo war ich jetzt was wollte ich noch machen ich weiß es nicht das ist zwar 5 Minuten ach genau Tabak wollten wir machen so das kostet ja 2 genau so war das ähm was kostet denn die Endproduktion meine Lieben Tabakwaren 3 also bräuchten dann so 7 so so ungefähr 7 und wieviel haben wir 3 3 3 gestillen 3 haben wir noch 2 äh jo was machen wir denn jetzt einkaufen Tabakwaren haben wir jetzt schon 77 Tonnen Nahrung 122 Stoffe passt ja eigentlich alles so wie es das muss man ja einfach mal sagen haben denn die anderen eigentlich schon Aristokraten erreicht ist hier immer ein bisschen schwer zu erkennen weil man nicht weiß ja aber anscheinend nicht weil sonst hätten sie ja hier äh oh wie schön so sieht das aus ich geh mal ein bisschen näher ran unser erster Vulkanausbruch oder der zweite glaube ich oh hier ist schon Haus getroffen da hinten brennt es schon uiuiui hier unten soll mal ein bisschen was kaputt gehen jetzt mach doch mal ein bisschen weiter hier die großen Walnusserdnüsse die großen Erdnüsse sind auf die Stadt gefeiert oh nein oh der hat anscheinend auch noch keine na gut stört mich nicht um ehrlich zu sein und legen die wenigstens nicht ganz so weit vorn jetzt sind es 5 Tonnen 7 Tonnen ach wir haben doch noch wir haben doch noch 5 Tonnen ach ja da brauche ich ja nur 2 Tonnen naja Holz hier Holz sollte ich aber eigentlich mal mitnehmen 8 Tonnen Holz wird ein bisschen wenig 15 Tonnen Holz aber 25 Tonnen oh ich dachte schon gerade wieder mal eine Zwischensequenz und ratet mal es brennt mal wieder hier oben direkt neben der Feuerwehr und es ruft jemand an da bin ich wieder hatte eben mal ein längeres Gespräch gehabt boah bin etwas außer Atem passiert in letzter Zeit öfter dass die Aufnahmen mal ein bisschen unterbrochen werden wegen Telefon oder irgendwas anderem so wo waren wir denn beim Nahrung läuft jetzt alles wieder glatt Nahrungs- äh eine Einheit wurde gerade ausgehoben habe ich gesehen und warum sparen wir eigentlich die Werkzeuge ich möchte sie jetzt nicht gleich wieder aufgeben weil das bestimmt für irgendwas geplant war aber ich weiß aber nicht mehr was oh was ist das denn Frage hat es hier übrig Freunde ich hatte mal die Frage gestellt ob das ob die immer aufhören ist ja blöd dass wir die nicht hier bauen können aber wir müssen auf jeden Fall die mal angreifen weil dann können wir da vielleicht die Erzmine bauen und haben hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Platz Nahrung gepasst Tabakwaren anbauen sehr gut diese Zwischensequenzen ich kriege jetzt mal einen neuen Herzinfarkt weiß ich hab dann immer so Angst dass der PC gerade abstürzt weil das bleibt dann erstmal ein paar Sekunden so und dann 7 das war jetzt eine sehr sehr schlaue Aktion von mir oder ich hab natürlich die Steine vergessen aber dann können wir direkt mal also wie viele Steine brauchen wir so ein Ding kostet 8 also 16 minus 3 weil wir es noch hier haben sind 13 Endproduktion kostet wie viel 5 18 Steine brauchen wir also noch schon wieder Feuer das brennt aber hier oh egal was wollte ich jetzt sagen und 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 ich wollte nochmal hier so einen Marktplatz bauen der kostet aber 0 Steine gut dann brauchen wir aber noch zusätzlich 4 Werkzeuge 1 2 3 4 perfekt und hier haben wir einfach mal 20 Holz haben wir noch ein bisschen auf geht's so Nahrung wir müssen jetzt immer mal schauen also Tabak machen läuft jetzt wieder besser aber nur weil wir es halt einkaufen und Nahrung ist auch perfekt 49 Tonnen Gewürze Alter ok also jetzt ist das Video Nummer 20 ist hochgeladen ich weiß gar nicht über grobe nach